Irgendwann heben wir ab und fliegen, wenn wir gleich können. Jetzt ist es so, was ist, wenn ein Motor ausfällt? Wenn der Motor ausfällt, gehen wir in den Sinkflug über. Der Wind kommt dann automatisch von unten, treibt uns unsere Windmühle weiterhin an. Wir suchen einen freien Platz und landen. Werner, du bist Kabelbinder, oder? Jetzt geht es los. Noch mal in die Maske, oder? Nein. Bevor es zum Fliegen geht, ja. Werner, sie macht die Haare schön. Sie hat die Haare. Haare schön, sie macht die Haare. Fliegeranzug, Annabella. Der Fliegeranzug. Jetzt geht es rund. Willst du wirklich fliegen? Ja. Mit Werner? Ja. Okay. Hast du Angst? Ein bisschen. Echt? Aber das legt sich gleich, wirst du sehen. Ich wünsche dir viel Spass beim Fliegen. Danke schön. Bis gleich. Ist das der erste Flug, den du machst? Ich gebe dir alles weg. Okay, dann wünsche ich viel Spass. Okay, warte mal. Das war unklar. unglaublich schön. Super. Freut uns. Dann kannst du jetzt eine Wurst essen oder ein Fleisch. Wir werden jetzt Mittagessen. Hast du ein flaues Gefühl im Bauch bestimmt, gell? Bisschen, ja. Hier wird geschafft. Ein Mann für alle Fälle hier. Vom KBF. Was getan werden muss, wird getan. Super. Da wird er gegrillt. Bist du denn Grillmeister? Lecker, lecker. Du hast ganz toll gegrillt. Das ist schon deine Aufgabe hier heute. Aufpassen. Aufpassen. Fliegen. Ein Motorrad, die ich jetzt hochgegriffen kann. Wurden. 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 Wie griffen sie können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020